Ayo, was geht von Herzlich Willkommen zu einer weiteren folge von let's play in famous Ja das letzte mal ist mir gerade aufgefahren haben wir die folge die mitten in einer mission abgebrochen weil ich dachte Die werde zu ende jedenfalls Habe ich die mission jetzt noch mal spielen müssen und habe hier diesen tanklaster nachdem wir alles ja mitgenommen haben kaputt gemacht um Hier das sozusagen hier dieses dieser truck der dafür gesorgt hat sage ich mal dass wir Ja, solche Halluzinationen Bekommen Konten und dementsprechend Ja Auch so ausgefallen sind so freunde wir gehen auf jeden fall in eine Neben mission habe ich bock drauf und Hier zum beispiel fünf neben mission zehn neben mission müssen wir machen und dementsprechend sage ich mal Gut hier dafür bräuchten wir böse neben mission Also, wir können nicht alles freischalten wir können natürlich auch nur sachen freischalten die sage ich mal hoch Für uns gedacht sind und jo Elektro fesseln haben wir schon Haben wir alles Schadensminderung ruhig mal rein und dann würde ich sagen wir gehen direkt mal in eine neben mission Denn wir werden auf jeden fall sage ich mal ein paar brauchen um unsere Ja sachen freischalten zu können deshalb gehe ich hier durch den tunnel Genau die neben mission befindet sich direkt vor uns am park Und die will mir sage ich mal auf jeden fall Absorbieren 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 Der typ servus Was hast du zu bieten Absorbieren Okay das ist einfach mal Ach verstehe es gibt neben mission die rot sind Das ist für böses und es gibt neben mission die blau sind Das ist für gutes Aha Okay verstehe also rowdy wäre sozusagen dann Ja wenn wir böse wären aber wir sind ja nicht böse Oder wir haben, sag ich mal, auch hier direkt Okay, hier ist es egal Ich hatte eine Klinik dort am Brunnen Aber die Reaper haben sie zerstört Sie müssen etwas gegen sie unternehmen Ich hatte eine Klinik am Brunnen, aber wir müssen Aber die Reaper haben sie zerstört Haben wir die nicht schon mal gemacht? Oder bin ich behindert? Keine Ahnung Egal Dann machen wir sie heute nochmal Bis XPs nimmt man immer gerne mit So, Entschuldigung Alter, fick dich Alter Hör doch mal auf, Junge Also die Gegner Schalen hier sind wirklich Ultra krass, älter Diga, ich würde Ich werde die ganze Zeit gefickt, man Von diesen scheiß Juden, Alter Hurenzöne Ach komm Egal nochmal Wir gehen direkt hoch Wir müssen acht Reaper töten Das würden wir dann auf jeden Fall machen Aber es ist unnormal, wie krass die auf uns ballen Also wirklich Es sind halt unnormal viele Reaper Unglaublich viele Ich bin noch beim Brunnen, Alter So, jetzt Oh, bitte verschwinden sie doch Alter Komm Keeper Kraft Ach, Kelle, 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 Kelle Ach, du Hurensohn, Alter Ey, der Typ ist so ein Bastard, ne Ich schwöre Boah, dieser Bastard, ey Ey, das ist so ein Den hole ich mir jetzt Kleiner, dreckiger Wichser, Alter Kleiner Bastard, Alter Kleiner Hurensohn Komm, stirb Jawohl, ihr schafft, Alter Ne, mission geschafft Zwei Stunts Ja, schon gut Perfekt Da haben wir auch hier, sag ich mal Jedes Gebiet, sag ich mal Ein bisschen von Der Negativität befreit Sehr schön So, sehr schön Dann würde ich sagen Wir verpissen uns mal In Eine Hauptmission Ja, gerne Würde ich gerne machen Um das Spiel natürlich weiter zu spielen Natürlich, also das Game Lebt halt Ich, ich sag mal Semi-mäßig Von Den Hauptmissionen Eher mehr, sag ich mal Von den ganzen Nebenmissionen Die ganzen Kräfte Die man freischalten kann Und, und, und Was ist das da unten? Na komm, wir sollten keine Zeit verschwinden Wenn ich privat spielen würde, würde ich die jetzt machen Aber wir sollten keine Zeit verschwinden Müssen uns natürlich, sag ich mal Auf die Story fokussieren Dementsprechend Werde ich Ein bisschen weniger Äh, die Die, die die Nebenmissionen machen Eher mehr mich auf die Hauptmission Fokussieren Ja, die Alle machen wir später Und die, die wir auf dem Weg finden Werden wir dann auch später machen Weil wir sie nochmal finden Aber auf jeden Fall Wichtig sind Auf jeden Fall Erstmal die Hauptmissionen Dass wir die, sag ich mal Abgedeckt bekommen Ich bin jetzt eh Erstmal setze die Minuten auf Von daher Ist alles cool So Wir haben ja Zeit Zack Dann hier eine gute alte Sieg Ich habe keine Wahl Mein Gott Weißt du, was sie damit anstellen werden? Besonders, wenn das Pentagon in die Sache verwickelt ist Es ist die ultimative Waffe Hast du einen besseren Vorschlag Jedediah Sie unter dem Sofa verstecken? Nur meine Mutter nennt mich Jedediah Naja, egal Hör zu Ich schlage vor Wir öffnen das Ding Und verleihen allen Macht Es ist die einzige Möglichkeit Uns zu schützen Tja Ich glaube, dafür ist es zu spät Jedediah, Alter Unter dem Sofa verstecken 15. Tag Ich habe die nächste Verteilerstation Auf ihrem GPS markiert, Cole Ähm Sollte ich nicht nach John Und der Strahlenkugel suchen? Sie müssen weiterdenken Jedes Mal, wenn Sie in einem Stadtteil Die Stromversorgung wiederherstellen Steigen Ihre Kräfte So können Sie Ihre Zeit gut nutzen Ich melde mich, wenn Sie die Verteilerstation am Netz haben Ach, sage ich mal Okay, verstehe Dass wir, sage ich mal, neue Kräfte bekommen Dann werden wir das, sage ich mal, auch gleich Machen Es sind so viele, Alter Die schießen ja von allen Seiten Das ist das Problem Von allen Seiten schießen So, das ist auch nochmal, sage ich mal Eine Nebenmission Okay, jetzt Das Gute Wenn man sich kein Wegpunkt Das bedeutet, wir müssen eigentlich da hin Okay Dann gehen wir da hin Ach, das sieht man, sage ich mal Das ist jetzt, sage ich mal Der Stadtteil, wo der Sturm halt noch nicht funktioniert Und wir dementsprechend, sage ich mal, auch Alter, ey, du willst es ja nicht anders Alter, was? Ey Okay, bringt mir Scheiß, gut zu wissen Gut zu wissen, dass es einen Scheiß bringt Dann lass mich wenigstens verpissen, wenn das so ist Alter, das ist auf jeden Fall unfair Das sind unfaire Mittel, Alter Das sind unfaire Mittel Ich bin wie missgeboten Ja, aufzug klettern, du Spider-Mächtiger, Alter Okay, perfekt Gott sei Dank, Alter Sehr schön Hey, Moir Ich bin unten im Kanal Der Strom sollte bald wieder da sein Okay So, zack Und jetzt Und Rüber, Junge Die Kraft Und die Power Endlich, Alter Wir können Jawoll Wir können Endlich Sliden Junge Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet Ich spüre, dass wir sliden können Das wird witzig Das wird ich nicht so gerne Aber keine Ahnung, wo er ist Und ich freue mich auf jeden Fall, sage ich mal danach Wenn wir Auch eine richtig geile Fähigkeit bekommen Und sage ich mal, ein Pult Da will ich sich ein bisschen schweben können Das wird es auch geben Finde ich auch sehr, sehr cool Die werden wir aber ein bisschen später fliegen So, jetzt mal hier eine Schöne Granate rüber So, dich tue ich erstmal ein bisschen grillen, Kollege Wir dürfen leider nicht ins Wasser Weil das uns Schaden kann Ich frage mich, wie er sich wascht Wie soll er sich waschen, Digga Mit Pisse oder Milch, Alter Oder wahrscheinlich mit Wasser, was nicht leitet, Alter Destilliertes Wasser Das ist ja, sage ich mal, Wasser, was nicht Also, was unleitbar ist Damit könnte man sich, sage ich mal, eintürig waschen Aber Trotzdem, Alter Aber so ein Aquarium-PC, Mann Das wäre schon geil Komm ich jetzt auf Aquarium-PC Ich bin behindert Nein, nein, nein Oh Gott So, zack, zack, zack Zack Ein bisschen Agi Oh Gott Lass mich doch in Ruhe Was ist denn los mit euch machen Barsch So, Alter Kein Verständnis Kein Verständnis, Mann Kein Verständnis Wenn ich sage, ich nehme auf, Junge Kein Verständnis Ja, toll Sehr schön, Kaul Sehr schön Sehr schön Machst du super Gib mir deine scheiß Energie Sehr schön Sehr schön Hallo, Visier doch an Warum lebst du noch? Ah, 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 ah Nichts da Perfekt Die Strahlen Hier dieses Dingens Womit wir, sage ich mal Den Strom Für das Für die Für die Gosellcha Wiederbekommen Sehr schön Da haben wir das auch geschafft So, was kommt als nächstes Perfekt Perfekt Auch dieser Bereich Ist Gesichert Das gute Mission abgeschlossen Durch ihre Taten Sind sie etwas böser geworden Wieso böser? Gute Arbeit, Kaul Wenn sie fertig sind Habe ich weitere Hinweise Für sie Einer davon Könnte zu John führen Böser? Verstehe ich nicht Egal, ob in die nächste Mission, Alter Ab in die Die nächste Mission Sehen sie den eigenen Zug Die Reaper halten dort Gefangene Als Pfand Um sich bei den Leuten Aus dem Neonviertel Respekt zu verschaffen Es kann sein Dass John dort Eingesperrt ist Soll ich sie befreien? Nein Sie befinden sich Auf Reaper-Gebiet Und sie töten alle Die fliehen wollen Bringen sie den Zug An einen sicheren Ort Und wie soll ich das Bitte anstellen? Schieben? Sie werden den Strom liefern Halten sie Kontakt Mit dem ersten Wagen Dann wird er fahren Verstehe Das heißt, wir müssen Erstmal ganz nach hinten Ach, das mach ich aber noch Das mach ich aber noch War mehrere Tage Im Krankenhaus Einzelzimmer Und außer der Schwester Niemanden gesehen Habe die Tür Fünfmal getestet Sie war immer verschlossen Habe den Tropf gecheckt Ich bekam fortlaufend Methadon So viel zum Thema Heilung Okay, was muss ich jetzt machen? Bleiben sie ruhig Ach, verstehe 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 Wir müssen den Äh Sag ich mal Mit Strom versorgen Weil wir ein Strom Romen sind Der Zug hört an Die Reaper haben den Spannungsverteilerkasten unter den Schienen deaktiviert Laden sie ihn auf, bis die Anzeige komplett grün ist Dann sollte die Fahrt weitergehen Okay, wo ist das Teil? Wo ist das Teil jetzt? Ach, da unten Sehr schön So, jetzt nochmal Perfekt Wieder hochläuft wie so ein Gaylord Alter, mein Gott Und Rüber Oh ne, ich sehe schon kommen, Alter Scheiße Alter, wie viel die schnuppen Stirb Du ähnlicher Kellig, Alter So, jetzt Noch eingeschafft Was aufladen Komm, sterb Sehr schön Perfekt, 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 perfekt Ey, geh hoch Bro, geh hoch Hallo Nein, ich will hoch Oh, stimmt Was noch dazu kommt Wir haben heute den 24. Morgen Also um 26. Ich glaube das Spiel eigentlich raus Aber am 25. Ich bekomme das, glaube ich, sogar schon morgen, Alter Und zwar Days Gone für die PS4 Da freue ich mich auf jeden Fall unnormal drauf So, der Typ schießt ja nichts ab Der ballert hier gar nichts weg, Alter Der scheiß Kelly Komm, Digga, wir müssen hier abhören Ich weiß gar nicht, wo die sind, Alter Scheiß Kelly So, kurz hier runter Dann hier kurz Komm Die scheiße da aufladen Komm, geh hoch So Nein Und 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 weiter geht die schöne Fahrt Weiter geht die Spritztour Du bist ein Keleck Ihr seid Kelecks Nächster oder was Nächster oder was Alter, was Alter Alter Gibt's doch nie Machst du das, oder was Komm, explodier, Junge Jetzt müssen wir das suchen Okay Es ist da Das ist volle, aber Was müssen wir Sind wir schon da Wie viel Ich glaube schon Was jetzt Muss ich irgendwas machen, Alter Muss ich mich befreien Nee Muss ich nicht Okay Ich muss ihn nicht befreien Ich muss nicht das machen Ich muss nicht dieses Fahren will auch nicht Ist vielleicht Vielleicht da vorne Irgendwas Unter der Brücke Da hinten Kann ich aber nur Hä Was musst du denn machen, Alter Bin ich jetzt ganz behindert Das kann ich nicht aktivieren Den Zug will nicht fahren Ich bin doch Komplett gelähmt Ach Gut versteckt Sehr gut versteckt Der will immer noch nie fahren Ich verstehe es nie Jetzt Hä Ganz komisch Ganz, ganz komisch Ich sage allen Bescheid Dass der Zug kommt Sie werden an der Station warten Enttäuschen Sie sie nicht Los geht's Komm schon Also ich brauche Saft Komm Her damit So jetzt Scheißuhrens Scheißuhrens Kelex Bastarde, Alter Bastarde Sehr schön Ich brauche sie ja Strom und Energie Da muss ja Sehr schön Jetzt ist es grün Sehr schön Sehr schön Sehr schön Hä, Alter Verpiss dich doch Du scheiß Kredit Weg 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 Saft Und jetzt Zack So machen wir das Alter Schön viel Style Anstinkt 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 Die Menge Die Menge war überrascht zu sehen Dass der Terrorist ihre Angehörigen befreit hat Heuchler Gestern wollten sie meinen Kopf rollen sehen und jetzt tun sie als wären sie meine Familie Aber ehrlich gesagt hat es gut getan wenn auch nur kurz wie ein Held behandelt zu werden Sehr gut Ich habe die Menge an der Station nach John abgesucht Aber ich habe nicht getan Aber ich habe nicht getan Doch jetzt ist nicht da Das ist nicht gut, Alter Die Rettung Durch ihre Taten sind sie etwas Lieber geworden Das ist nicht so Hoffen, Alter So, Kräfte Wir haben 2000 Guter Zug 2000 XP Ich muss ein bisschen Sparen Ich will das hier haben, Alter Was ist denn das? Ach so, Zeitlupe, gell Ja gut Perfekt Da wir es auch geschafft haben, da würde ich sagen Ich speichere es hier erstmal ab, bevor ich es nie vergiss Und das soll es gewesen sein mit dieser Folge Wir sind hier, sage ich mal Schon bei 27 Minuten angekommen Und ja, Freunde Ich hoffe, es hat euch gefallen Mir hat es Spaß gemacht Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Let's be famous Bis dann, haut rein, ich sage Ein Wort Peace out wound gut Ich bahfi Wir sehen uns an Wir sehen uns sehr Enf resultados Haben diese